Für alle, die jetzt dachten, bei eGym dreht es sich immer nur um Trainingsgeräte, der hat auf jeden Fall nicht genau hingehört, denn jetzt gibt es ja auch noch das Genius-Programm und das vereint sowohl die eGym-Geräte als auch alles an Equipment, was ihr in eurem Gym findet und das ist einfach mega, weil jetzt habt ihr einfach die perfekte Auswahl und den perfekten Trainingsplan für eure Ziele.